Hallo Leute, nachdem wir gerade herausgefunden haben, dass wir ziemlich gut gefoltert wurden, von niemand anderem als Henry, machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach einem Ort namens Skytale und einem Typ namens Boris. Okay. Und das ist mal wieder ein Flashback. Die Kirche, die Ordnung der Blüten. Du bist beide nach dem gleichen Sachen. Was bist du? Das gleiche Sache wird passieren, wie bei ihm. Er hat seine eigene Leben genommen, John. Ich weiß nicht, ob es das Anfänger war oder was, aber er hat seine eigene Leben genommen. Was war dein Vater? Mein Vater war ein guter Mann. Er war quiet, affectionate und solitär. Er hat kaum geblendet die Haus, nachdem meine Mutter sterben. Okay. Okay. Das war der Typ aus der Oberen. Das war das letzte Mal. Das war der Typ. Er hat sich verschwunden und nicht zurückgekommen. Wissen Sie, warum... Nein. Keine Ahnung. Entschuldigung. Warum hat mein Vater einen Suizid gemacht? Nein. Er hat den ganzen Tag mit einem amerikanischen Kollektor verbracht. Ähm... Sie haben ein paar gute Anfänger gemacht. Der Mann war uns viel Geld. Wir waren die Verkaufung und Reisen. Wenn ich am nächsten Morgen wachse... ... hat er sich verhängt. Ich bin ja sicher. Ich bin ja sicher. Ich bin ja sicher. Okay,めine Ahnung. Auf dem Einband ist was geschrieben. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. So, jetzt haben wir da ein Robo Band. Okay, das habe ich mir gedacht, weil das gehört da rum. Ah, und jetzt ließ Arsch. Okay, das wusste ich nicht, dass das Ding Skytale heißt. Aber, okay, ja. St. Fergus Church. Amnesia. Ich habe mich mit Merkurie verletzt, aber ich habe ein paar Antworten, dank an deinem Vater's Diary. Henry White ist... Henry White wird das sehr glücklich sein, zu lernen. Die Diary, warum ich die Mädchen töten, wie ich sie töten. Oh, mein Gott! Okay! Okay... Gut. Damit hätte sich auch das Rätsel gelöst, wer uns das Mercury eingeflößt hat. Können wir den da aufsperren? Nein. Schlüsseler. Wie ich jetzt an die gekommen bin, ist mir selber nicht so ganz klar. Shit. Okay. Wurscht, ich habe eine Genie-Lampe und sie ist voller Öl. Und los. Gut. Wen haben wir hier? This man made you drink mercury. Gut. Ich will es mal angreifen, ist nicht so die Sache, wenn eine Pistole in einer und Katana in einer anderen hat. Uhren. Jede Menge Uhren, die eher als Waffe nicht tragen. Oh yeah. Was haben wir denn da? Es ist nicht der erste Mal, dass du eine Sorte wie das. Flashback Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, dieses Spiel gefällt mir doch irgendwie. Und ich hasse Schlangen. Bring me a truth flower, and you'll teach me to use the unknown sense. Bring me a truth flower. Bring me a truth flower, was immer das heißen soll. Okay, das ist ziemlich geil hier. Muss ich schon sagen. Bring me a truth flower. Okay. Schauen wir uns einfach mal alles an. Okay, ich darf die Kano nicht anziehen, sondern ich bin hier. Das ist alles uninteressant. The water you drink and the level for measuring out your daily ration. Ah, cool. Okay. Okay, also da geben wir das Schwert rein, bevor wir rausgehen. Geben wir den Small and Small. Passed. Ist auch gleich viel liebscher. Gut, dann reden wir mal mit dem Vogel hier. Allhack adjivst, the blind master. Why can't I hold the katana, master? Pick it up. Can I take it with me? If you take it out of this room, I'll replace the yaks skull with your... What is the unknown sense, master? In reality, it is nothing more than knowing how to fight in the dark. Gut, but I thought it would sound more... Okay, das ist natürlich cool, wenn er blind ist, kann er uns auch beibringen, im Dunkeln zu kämpfen. What is the truth flower? An ordinary flower? An ordinary bush. But basically, and where you're concerned, it's an ordinary mindfuck to test. I believe there is a truth flower on a nearby peak on top of a nest. That's true, but unless you learn to fly, you're going to have a hard time. Think, young disciple. Why do you want me to bring you a truth flower and not something else? Because that will demonstrate that we have the wisdom, the patience, and the perseverance required to learn control of the unknown sense. I understand. Bah! Do you know what it is? We masters like to feel like gods, and gods like to pose arbitrary challenges. Don't eat this apple, don't work on Saturday, don't touch yourself there. Okay, that's the wind for a little bit of a fool here. Can I have some more water? Yes, but you'll be taking my ration for the day. You can be sure that I'll get it back this very day, if I have to drink it directly from your open belly. Shall we play? Let's play. Is that how many things you want to hold out? So? Okay. Okay. You could be bluffing, but I say seven. Let's take a look. I win. I'll add another glass of water to the ones you already owe me. Okay. Shall we try? Let's play. Let's take a look. You could be bluffing, but I say five. Let's take a look. Nehmt er immer fünf? I win. I'll add another glass. Shall we play? Let's play. You could be bluffing, but I say six. Let's take a look. Okay, let's take a look. Let's take a look. I win. I'll add another glass of water to the ones you already owe me. Ich finde es gut, dass er weiß, dass er gewonnen hat, bevor er es überhaupt sieht, als der gute blinde Meister. Oh, ich glaube, ich habe eine gute Idee zu betrügen. Und jetzt. Okay. Okay. Und wann werde ich bereit sein, um die Schwedenbeleitung zu lernen? Wenn ich so sage, junge Geister. Die Schweden der großen Meister haben immer eine Geschichte hinter ihnen. Was ist deine Geschichte? Ich werde dir in Zeit erzählen. Was haben wir heute für Abendessen? Zampà. Was haben wir morgen Abendessen? Zampà. Was haben wir heute Abendessen? Zampà. Gut. Er mag also offensichtlich Zampà, was auch immer das ist. Shall we play? Let's play. Na dann. Zwei. Und seine Fünf, wenn ich das richtig sehe, macht sieben. Sieben? Du könntest blöpfen, aber ich sage zehn. Let's take a look. Ja, nicht so smart, sind Sie? Hast du gewonnen? Das ist genug. Pick one of my treasures. The Great Feast. That's what you want. It's yours. Liquid duck. Die Höhe. Shall we play? Dann ziehen wir den alten Mann gleich noch zwei Mal ab. Das sind vier nach meiner Meinung. Four, you could be bluffing, but I say, nein. Let's take a look. Did you win? That's enough. That's what you want. Einen Jagdzahn. Perfekt. Und das dritte wird ja zum Glück auch nichts komplett unnützes sein. Drei und drei sind sechs. Sechs? You could be bluffing, but I say four. Let's take a look. Ach, ich liebe es, blinde alte Menschen zu verarschen. Was? Was? Nein. Einfach nur nein. Oh. Ich hasse diesen Typen jetzt schon. Na gut. Das nächste Mal werden wir uns außerhalb dieses Raumes umschauen. Und rausfinden, wie wir eine Truth Flower finden. Damit wir natürlich Schwerdkäpfe leiden. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Schreck. 까